Kathedralen des Verkehrs, Dome des Industriezeitalters, ja sogar Vulkane des Lebens. Für die ersten großen Bahnhofsgebäude schienen den Zeitgenossen keine Umschreibung prächtig genug gewesen zu sein. Bahnhöfe machten die Umwälzungen erleb- und greifbar, die das neue Verkehrsmittel Eisenbahn mit sich brachte. Nach der Inbetriebnahme der ersten Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth im Jahre 1835 wurde das neue Verkehrsmittel binnen kürzester Zeit zum bewunderten Schrittmacher der Industrialisierung. Auch die Menschen wurden mobiler. 1845 begann auch in Görlitz das Eisenbahnzeitalter, in Schlesien bereits 1842. Wenn man jetzt schnell die Jahreszahlen zusammenrechnet, stehen da runde Ereignisse an. Grund für das Schlesische Museum in Görlitz, sich der Sache anzunehmen, mit einer Ausstellung namens Achtung Zug, 175 Jahre Eisenbahn in Schlesien, wobei das eben Görlitz mit einbezieht. Görlitz gehörte in der Zeit ja zu Preußien-Burins-Niederschlesien. Und wir feiern also mit dieser Ausstellung sowohl die Eröffnung der allerersten Eisenbahnlinie in Schlesien, von Breslau nach Ohlau am 21. Mai 1842, wie auch dann 170 Jahre Eisenbahn in Görlitz. Am 1. September 1847 ist hier der erste Zug angekommen. Die Verbindung von Kohlfurt über Görlitz bis nach Dresden wurde eröffnet. Und wir feiern eben 100 Jahre das heutige Bahnhofsgebäude. Dann kommen noch viele kleinere Jubiläen am Rande dazu, die also alle doch in der Ausstellung berücksichtigt werden sollen. Tauchen wir also ein in die wechselvolle Geschichte und zur ersten Folge Achtung Zug, 100 Jahre Bahnhof Görlitz. Die Grundsteinlegung für den kastellartigen Bahnhof in Görlitz erfolgte im Jahre 1845 und wurde in Insellage errichtet. Nach nur zwei Jahren Bauzeit wurde am 1. September 1847 der Bahnhof zeitgleich mit beiden Eisenbahnstrecken von Görlitz nach Dresden bzw. von Görlitz nach Kohlfurt feierlich eröffnet. Die Strecke nach Kohlfurt führte über den imposanten neuen Neiße-Viadukt. Der Neorenaissancebau besaß drei Stockwerke. Markant waren seine beiden achteckigen Turme an der Ostseite des Empfangsgebäudes, die den Haupteingang flankierten. Der ostseitige Hauptausgang führte über den Vorplatz auf die Jakobstraße. Der Jakobstunnel existierte damals noch nicht und das Bahngleis nach Kohlfurt überquerte die Jakobstraße niveaugleich. Auftraggeber und Bauausführende war die niederschlesische Märkische Eisenbahn. Dies durfte auch ein Grund dafür gewesen sein, warum der Haupteingang mit den beiden Türmen in Richtung der Bahnstrecke nach Kohlfurt bzw. damals auch noch in Richtung der preußischen Hauptstadt Berlin zeigte. Rechts neben dem Empfangsgebäude befindet sich der Bahnsteig der Sächsisch-Schlesischen Eisenbahn, links der der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn. Jede Bahngesellschaft verfügte auf ihrer Bahnhofseite über einen eigenen Lokomotiv, Wagen sowie Güterschuppen. Auch die Drehscheiben und Kohleschuppen waren getrennt. Die Sächsische Strecke endete im Osten des Empfangsgebäudes an der Drehscheibe noch vor der Jakobstraße. Westlich des Empfangsgebäudes verbannt ein Übergabegleis die beiden Eisenbahnstrecken und ermöglichte so den durchgehenden Transport von Gütern zwischen Leipzig und Breslau. Reisende mussten allerdings umsteigen. Die Bahnstrecken verliefen damals an der südlichen und östlichen Stadtgrenze entlang. Durch den rasch zunehmenden Verkehr und die beiden neu im Bahnhof einmündenden Eisenbahnstrecken der schlesischen Gebirgsbahn Breslau-Waldenburg-Görlitz und der Berlin-Görlitzer Eisenbahn erforderte eine notwendige Bahnhofserweiterung. Am 8. Dezember 1866 wurde dann der Umbau des Bahnhofs beschlossen. Wichtigstes Vorhaben war die Unterführung der Jakobstraße unter den Bahngleisen östlich des Bahnhofs, da der Bahnübergang wegen häufiger Rangier- und Zugfahrten oft geschlossen war. Die im Volksmund als Jakobstunnel bezeichnete Unterführung wurde am 19. November 1868 eingeweiht. Mit der Einbindung der privaten Berlin-Görlitzer Eisenbahn einigte man sich mit der preußischen und der sächsischen Staatsbahn auf einen Anbau an das bestehende Bahnhofsgebäude. Da die Gleisbereiche getrennt bleiben sollten, mussten die Gleisanlagen am Bahnhof umgestaltet werden. Um den erhöhten Fahrgastaufkommen gerecht zu werden, wurde das Empfangsgebäude durch einen Anbau um das Doppelte auf 1700 Quadratmetern vergrößert. Der neue Mitteltrakt, auch Vestibül genannt, erhielt einen Personentunnel, der die Unterquerung der Gleise bis zur Bahnhofstraße in einer Achse mit der Packhofstraße, der heutigen Berliner Straße, ermöglichte. Der so umgebaute Bahnhof wurde am 31. Juli 1869 eröffnet. Das Bahnpostamt im Empfangsgebäude erreichte bald seine Kapazitätsgrenzen. Im Jahre 1886 entstand deshalb an der Bahnhofstraße zwischen Bahnhofsvorhalle und dem Berlin-Görlitzer Eisenbahn Lockschuppen für 29.000 Mark ein neues einstöckiges Bahnpostamt. Im Laufe der Jahre stieg der Verkehr weiter an. Es drohte ein erneuter Engpass nach der ersten Erweiterung, sodass zwingend ein weiterer Umbau, besser gesagt Neubau des Bahnhofs Görlitz notwendig wurde. Der 1906 begann und 1917 endete. Den Flaschenhals stellte der zunehmende Güterverkehr dar, weil einzelne Güterabfertigungsbereiche während des Umbaus nicht mehr genutzt werden durften, wie die Freiladegleise an der äußeren Bahnhofstraße, da die Rangierabteilungen die Hauptstrecke hätten kreuzen müssen. Der Güterverkehr wurde deshalb nach Schlauroth verlagert. Die Bauarbeiten am Verschiebebahnhof Schlauroth im Westen der Stadt wurden 1906 aufgenommen und 1909 den Verkehr übergeben. Der verantwortliche Architekt für den Neubau des Bahnhofs Görlitz war Alexander Rüdel. Er war an vielen Bahnhofsneubauten seinerzeit federführend beteiligt. Dieser interessante Vergleich seiner Handschrift zur Architektur kann man zwischen den Bahnhöfen Dortmund und Görlitz nicht leugnen. Eine verblüffende Ähnlichkeit. Neben der architektonischen Neugestaltung der Empfangshalle wurden auch an den Bahnsteigen umfangreiche Änderungen notwendig. Bahningenieure konzipierten auch das Bahnhofsvorfeld nach damals neuesten Gesichtspunkten. Die Empfangshalle des Bahnhofs Görlitz entsprach dem Zeitgeist und wurde im Jugendstil errichtet. Wenn man die Bahnhofshalle betritt, wird man zwangsläufig wieder an die Schilderung der Zeitgenossen erinnert. Kathedralen des Verkehrs ist wohl die beste Umschreibung auch für die Innenarchitektur. Gespart wurde nicht. Klotzen statt Kleckern war wohl die Devise. Die Deckenbemalung harmoniert mit den zahlreichen Stuckelementen. Große, bleiverglaste Fenster ließen das Tageslicht die Halle fluten. An der nördlichen Stirnseite der Halle konnte man sein Reisegepäck aufgeben oder lagern. An der Ostseite der Halle waren die zwei Speisesäle untergebracht, eingeteilt für die besser Betuchten in die erste und zweite Klasse. Der zweite Saal war für die Reisenden der dritten und vierten, auch Holzklasse genannt, vorgesehen. Fahrkarten für seine Reise konnte man an neuen Verkaufsschaltern erwerben. Gegenüber war ein Schalter für das Handreisegepäck und ein Auskunftsschalter sowie ein Raum für den Dienstmann eingerichtet. Von der Empfangshalle aus gelangte man über die Unterführung zu den Bahnsteigen, nicht ohne die Bahnsteigsperren zu passieren. Hier musste ein gültiges Billett vorgezeigt werden. Abholer mussten eine sogenannte Bahnsteigkarte lösen. Neben der architektonischen Neugestaltung der Empfangshalle wurden auch an den Bahnsteigen umfangreiche Änderungen notwendig. Bahningenieure konzipierten auch das Bahnhofsvorfeld nach damals neuesten Gesichtspunkten. Den besten Überblick über den Bahnhof und Gelände gibt das exakt nachgebildete Modell des Bahnhofs Görlitz, Bauzustand 1917 wieder. Diese Anlage ist zugleich das Kernstück der Ausstellung. Ingo Wobst plante und baute das Modell des Görlitzer Bahnhofs nach. Und darauf legt er großen Wert. Es ist keine Modellbahn im herkömmlichen Sinne. Es ist ein rein verkehrswissenschaftliches Projekt. Das bedeutet, es wird alles originalgetreu gebaut. Das bezieht sich auf die Anlagenflächen, das bezieht sich auf die Gebäude. Jedes Gebäude wird innen wie außen maßstäblich nachgebildet. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel Trennwände, die sich in den Gebäuden befinden, wenn es eine 11er Trennwand ist, dass die halt im Furnier so fein gearbeitet ist, dass ich mit dem Messschieber reingehe und habe das gesamte Innenmaß, was auf der Bauzeichnung ist und was beim Originalgebäude sich noch befindet. Und alles andere ist, wie gesagt, genauso so gestaltet. Landschaftsbau, die Nivellierungsarbeiten vom Gelände und dergleichen sind so angelegt, wie es ursprünglich gestaltet war. Nun ist es ja gerade nicht ganz einfach, ein Bahnhofsmodell nachzubauen. Denn ohne Originalpläne geht da wohl nichts, oder? Also es war eine große Herausforderung für mich, weil ich erfahren musste, dass man natürlich, bevor man an Bauzeichnung kommt, sich mit den Eigentümern in Verbindung setzen muss. Dann halt über Bauaktenarchive, über Rats, über Staatsarchive, über Landesmuseen natürlich dementsprechend die Unterlagen beantragen muss zur Einsichtnahme und zur Kopie. Und wenn das halt dann geschafft ist, glücklicherweise halt, und man hat alles zusammen, dann geht es eigentlich in die Umrechnung der Maßeinheiten. Vieles ist ja ursprünglich 1847 noch in Zoll, in Fuß oder in Routen gemessen worden. Und man muss natürlich sämtliche Baumaße dann in das metrische System, was 1870 eingetreten ist, natürlich umrechnen. Und erst dann, wenn man alles umgerechnet hat, dann geht es eigentlich in die eigentliche Konstruktion. Dann bringt man halt das maßstäblich halt auf die Bauzeichnung, originalgetreu, und misst eben die gesamten Innenmaße wie Außenmaße so auf, dass jedes Maß, egal welches man zusammenzieht, immer das Gesamtmaß AGM. Und davon können sich die Besucher des Schlesischen Museums überzeugen. Es beeindruckt schon, wie vorausschauend und auf die Verkehrsbedürfnisse angepasst dieser Bahnhof projektiert und gebaut wurde. Wichtigster Gesichtspunkt von allen Bahnsteigen aus sollten die ein- bzw. ausfahrenden Züge auf alle angebundenen Streckengleise fahren können. Anstelle der ehemaligen Ladestraße an der Satikstraße entstand ein Abstellbereich für Reisezüge. Aber auch für die Reisenden wurde an Komfort nicht gespart. Und selbst für dringendste Bedürfnisse auf dem Bahnsteig gab es Weltniveau-Lösungen. Die damaligen Toilettenhäuschen, die heute noch als Bau übrig geblieben sind, damals mit Dampfheizung betrieben wurden. Sie hatten damals fließend warm und kalt Wasser, waren dementsprechend natürlich beleuchtet und natürlich Männlein und Weiblein separat getrennt. Das war natürlich im wahrsten Sinne eine Weltneuheit zum damaligen Zeitpunkt und haben natürlich Görlitz dadurch halt weit herausgehoben, selbst durch solche in Anführungsstrichen banalen Begebenheiten. Der ursprünglich geplante zweischiffige Hallenbau wurde um ein drittes Hallenschiff erweitert, denn durch den Zuschuss halt der Stadt Görlitz damals, die sich mit 60.000 Mark damals beteiligte, konnte auf ein drittes Hallenschiff das Ganze erweitert werden. Nur das Gleis 3 und 4 der Zittauer Bahn wurde nicht in die Bahnhofshalle integriert. Absoluter Blickfang ist die markante und prächtige Empfangshalle. Von 13,40 Meter Gesamthöhe, die Kuppeln sind komplett aus Stuckatörskips gegossen, mit riesigen Stahl- und Holztragwerk über dem Boden abgespannt und aufs Mauerwerk abgelagert worden, um die Druckkräfte und Zugkräfte abzuleiten auf die Fundamente. Dem hat sich natürlich angeschlossen die Speiseräume 1. und 2. Klasse, die natürlich getäfelt waren, mit rotgebeizter Vertäfelung, dann die dritte, vierte Klasse mit grüngebeizter Vertäfelung. Und wie gesagt, der gesamte Verwaltungstrakt wurde natürlich komplett erneuerteilt und separat untergebracht in den hinternehmen liegenden Gebäuden. Und auf der östlichen Seite schließt sich natürlich die Reichspost an, die damals 1915 eingeweiht wurde. Des Weiteren wäre sehr schön zu erwähnen, das Eisenwarenlager, was sich der Post anschließt, auf der Ostseite nördlicher Richtung, wo damals Martin Ebrahim ein Eisenwarenlager hatte und eine riesige Eisenwarenhandlung, der natürlich dafür gesorgt hat, dass die Stadt natürlich ausgiebig mit Baumaterial, genau wie die Bahn, versorgt werden konnte. Was natürlich sehr schön ist, ist natürlich die Amtmannvilla halt mit der Freitreppe. Das ist ursprünglich ein Eisenwarengebäude gewesen für die Beamten, die in Görlitz untergebracht waren. Die konnten dort gleichzeitig arbeiten und wohnen im Gebäude. Ursprünglich befand sich sogar ein Springbrunnen mit einer Retrinade halt an der Seite. Und wie gesagt, die Baumbepflanzung ist natürlich so ausgelegt worden, dass sie nicht wahllos gesetzt wurde, sondern dass in bestimmten Winkeln die Bäume so gesetzt wurden, dass sie sich halt gekreuzt haben halt. Das sieht man sehr schön halt im Modell. Dementsprechend ist es auch nachgebildet worden, weil Görlitz durchaus auch so reich war, dass sie sich extra für die Bepflanzung damals englische Landschaftsgärtner geholt haben. Das Teuerste war damals gut genug gewesen halt, weil die Stadt war zu der Zeit damals schon Großstadt gewesen. Wenn ich mich weiter beziehe, jetzt zum Beispiel auf das Stellwerk, Görlitz-Ostum wurde damals auch 1909 damals mit eingeweiht. Das war dann der Rohbau schon gewesen. Und wenn wir weiter säen, auf östlicher in der Nordrichtung, ist zum Beispiel der riesige Lokomotivschub in der niederschlesisch-merkischen Eisenbahn zu säen. Ein wunderbarer Bau, bei dem sich bei den technischen Zeichnungen herausgestellt hat, dass der Mittelpunkt der Drehscheibe gleichzeitig der Mittelpunkt sämtlicher Maße ist. Das bedeutet, alle Winkel, die 7,5 Grad, 45, 90 Grad oder auch andere Maße erhalten, finden sich genau auf dem Schnittpunkt wieder. Und genau der Schnittpunkt ist der Königstuhl der Drehbühne. Also einzigartig, wenn man wirklich die Bauunterlagen vergleicht. Und als letztes, die Eisenbahnbrücke von Görlitz heute nach Meus halt zu säen, die natürlich mit ihren 30 Bögen halt ein wahrer Prachtbau ist, vollständig aus Granit zur damaligen Zeit errichtet und eines mit der größten und modernsten Bauwerke der damaligen Zeit. Man dürfte dabei nie vergessen, dass zum Beispiel die Ziegelbrücken über das Gölsch- und Elstertal erst viele Jahre später errichtet wurden. An dieser Stelle verlassen wir die Anlage und Ingo Wobst wieder. Es gäbe freilich noch mehr zu entdecken, aber das würde den Rahmen dieses Filmes sprengen. Und selbstverständlich, Rede und Antwort zum Bahnhof und seinem Modell wird Ingo Wobst jedem interessierten Besucher stehen. Ein nicht unwichtiger Punkt der Entwicklung des Bahnhofs Görlitz nimmt die Elektrifizierung der Bahnstrecken ein. Der Bahnhof Görlitz wurde über die Strecke Königsheld-Laubahn nach dem Ersten Weltkrieg angeschlossen. Am 1. September 1923 traf der erste von einer Elektro-Lokomotive gezogene Zug in Görlitz ein, der D-Zug 192 von Breslau über Hirschberg nach Berlin. Ein düsteres Kapitel um den Bahnhof schreibt der Zweite Weltkrieg und seine Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Von direkten Kriegseinwirkungen blieb der Bahnhof jedoch weitgehend verschont. Zwar überflogen bereits im August 1940 britische Flieger die Stadt und bombardierten verschiedene Ziele, der Bahnhof gehörte jedoch nicht dazu. Die Sprengung des Neiße-Viadukts am 7. Mai 1945 bedeutete das Ende des elektrischen Betriebes auf der Strecke in Richtung Hirschberg. Dabei stürzten drei Bogen des Viadukts ein. Auch die Fahrleitung wurde unterbrochen. Noch bis Ende 1945 hingen die Gleise zwischen den beiden Brückenfragmenten und dienten Flüchtlingen aus dem Osten zur Flucht auf die Westseite der Neiße. Am 8. Mai 1945 besetzte die Rote Armee die Stadt und brachte auch den Bahnhof unter ihre Kontrolle. Unter den Stadtkommandanten Garderoberst Ilyich Nesterov wurde eine sowjetische Bahnhofskommandantur eingerichtet, die bis Mitte August 1945 den Verkehr um den Bahnhof kontrollierte und steuerte. Am 11. August 1945 wurde der Eisenbahnbetrieb wieder den deutschen Behörden übergeben. Der Bahnhof gehörte nicht mehr zur Reichsbahndirektion Breslau, sondern unterstand seitdem der Reichsbahndirektion Dresden. Am 1. Januar 1955 wurde der Bahnhof zum Direktionsbezirk Cottbus zugeordnet. Dort verblieb er bis zur Auflösung der Direktion im Oktober 1990. Im Jahr 1952 begannen polnische Arbeiter mit dem Wiederaufbau des Neiße-Wiadukts. Der grenzüberschreitende Reiseverkehr in die Volksrepublik Polen über das wiedererrichtete Neiße-Wiadukt wurde am 22. Mai 1957 feierlich aufgenommen. Grundlage für den Wiederaufbau des zerstörten Viadukts das 1950 geschlossene Gürtetzer Abkommen, in dem die DDR und die Volksrepublik Polen die Oder-Neiße-Grenze als Staatsgrenze zwischen beiden Staaten anerkannten. Der Bahnhof hatte auch zu DDR-Zeiten große Bedeutung im Fern- und Nahverkehr. Trotz des damaligen strikten Fotografierverbotes an Bahnanlagen gelang es Enthusiasten und Zeitzeugen doch das eine oder andere Bild heimlich zu schießen. Und das, obwohl der Bahnhof auch Grenzbahnhof war. Diese stimmungsvollen Bilder der 1970er bis 1985er Jahre dürften manchen noch gut in Erinnerung sein. Damals dominierten noch Dampfloks das Geschehen. Das letzte Bild vom Stellwerk B5 aus aufgenommen zeigt einen Sonderzug von Gleis 11 nach Dresden. Verschiedene Zuglaufschilder zeugten auch vom einst regen Reiseverkehr. Ab den 1960er Jahren hielten täglich bis zu sechs internationale Reisezugpaare in Görlitz oder fuhren auch ab Görlitz in die Ferne. Nach der politischen Wende 1989 wurde es um den Bahnhof Görlitz stiller. Der Bahnhof präsentiert sich heuer nicht unbedingt mehr als der Eisenbahnknoten und das Tor zur Stadt für Reisende. Einzig allein die erhaltene Innenarchitektur zeugte von einer einst besseren Zeit. Die postmodernen Einbauten wie Zeitungsladen, Bäckerkette, Bioladen und Blumenladen wirken wie ein Fremdkörper in dem architektonischen Ensemble. Dass es besser geht, zeigt im Gegensatz der hervorragend restaurierte Breslauer Hauptbahnhof. 1993 wurde die Güterabfertigung geschlossen, zwei Jahre später das Bahnpostamt. Von der Bahnseite aus sind diese Gebäude nur noch schwer auszumachen. Sie sind komplett zugewachsen. Mitte der 1990er Jahre begann der umfassende Um- und Abbau von Gleisen. Der Außenbahnsteig mit den Gleisen 3 und 4, zuletzt vor allem von den Zügen in Richtung Zittau genutzt, wurden im Jahr 2000 aufgegeben. Für die Zittauer Bahnlinie sind jetzt die Gleise 7 und 8 vorgesehen. Auch fährt die Deutsche Bahn nicht mehr den Bahnhof an. Private Eisenbahnverkehrsunternehmen haben zurzeit das Sagen und halten ein eher schmales Verkehrsangebot parat. Nach Abbau des östlichen Gleisfeldes wurde der nördliche Teil des Jakobstunnels abgerissen unter Verkehr über den südlichen Teil, über den nun alle nach Osten auslaufenden Gleise führen, durch einen Neubau ersetzt. Seit der Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerkes Gürlitz am 25. Juni 2000 werden die Weichen und Signale von der Betriebszentrale aus Leipzig gesteuert. Die örtlichen Stellwerke verloren damit ihre Funktion und wurden bis auf das Reiterstellwerk B5 im westlichen Gleisvorfeld im ersten Halbjahr 2004 abgerissen. Mit diesen Bildern endet der geschichtliche Rückblick des Bahnhofs Gürlitz. Der Schornsteinfeger auf dem Modell des Bahnhofs grüßt freundlich und er soll ja auch Glück bringen. Und das wünschen wir dem Bahnhof von ganzen Herzen für die nächsten 100 Jahre. Er hat eine Zukunft verdient. Die sind . sind